Wir müssen weitermachen mit unserem Projekt. Wir behaupten, dass die ganze Bewusstseinsentstehung, die ganze terniäre Weltaufspannungsvorstellung, der ganze Reflexions-Abspaltungsschauder und damit der Möglichkeit, einerseits ein reales sich zu vergegenwärtigen und gleichzeitig es sofort wieder verunwirklichen zu müssen, ob des Horror-Terror-Schreckens davor, des Tödlichens in allem Seienden. Dass diese terniäre T-Raum-Traum-Zeit-Weltvorstellungsaufspannung auf einem Unfall basiert des Proton-Pseudos, der diese Aufspreizung notwendig machte, als Vorgang im Pliocen, wie er im afanesischen Mythen beschrieben ist, dieser Gegenkompensationsnotwendigkeiten zur Absicherung des Abzweigsproduktes, nachdem es dort zu Unmöglichkeiten in den Vorgängen von Zeugung, Geburt, Aufzucht und Promotion alles Lebendigen gegeben hat, die zu diesen fatalen, gegenkompensatorischen Veränderungen führten, am Ende zu Bewusstsein, zu Schrift, zu Sprache und dem ganzen massosadistischen irreflexiven Findenprogramm.